Ihr werft doch schon wieder mit Granaten, seh ich doch. Oh, Mann! Und da sind wir zurück bei Ghost in the Shell First Assault Online. Wieder im Terminal Conquest Mode. Oh, da ist die Granate! Oh, Gott sei Dank. So, und den auch noch hinterher, so Triple Kill, wunderbar. Eigentlich geht es darum, hier diesen Kommandopfosten einzunehmen. Ach, das war ein Gegner, der hat sich immer gut getarnt. So, komm, das Ding müssen wir jetzt einnehmen. Ach komm! Das gibt es doch nicht, ey! Wir werden es doch mal einmal schaffen, diesen verdammten Kontrollpunkt einzunehmen. Ah, nein, 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 Kugeln, Kugeln, überall Kugeln, 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 Kugeln! Ach, nicht mal den, ey! Ha, ich lasse echt nach. So, hier. Oh, ein Granatenkill! Das war aber das erste Mal, ey! Ah! Na toll! Wir haben vielleicht einen Sitzen, aber auf uns sitzen lassen wir nichts. So, hier, da, geht er hin. Ah! Okay, der Olli soll sich merken, auf die zweite Waffe wechseln. Dann klappt das auch mit den Nahkampfkills irgendwann. Du hast ja auch noch ein Messer dabei, du großer fetter Mann. Ah, naja. Na toll! So, mit dir zum Beispiel fängt es schon mal an. Und wo einer ist, da sind immer gleich noch andere. Deswegen... Ja! Es dauert immer viel zu lang, die Schweine-Button hier auszuschalten. Ah! Na ja, immerhin zum Doppelkill hat's gern. Na gut, mal gucken. Vielleicht klappt's ja so rum. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das könnten wir schaffen. Damit könnten wir etwas reißen. Hinter feindlichen Linien. Mongol Michael Graphe Schnell wieder weg. So! Hiiih Sara! Das warts jetzt aber auch. Ich glaub, länger ist uns das Glück auch nicht mehr heulich. Hoho! Doch. Gibt's ja nicht. Och, unser Think Tank rückt auch vor. Dann könnte das ja tatsächlich hacer... etwas werden naja irgendwann ist jeder killstreak mal vorbei muss man auch mal einsehen du bist tot jetzt nach mir geht werden die alle schon längst tot der kinderische sauhaufen musste noch zweimal hier sein seine kontrollpunkte erobern das wollen wir verhindern so es klappt auch einigermaßen komm 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 lass mich hängen du bist ja befreundet du bist ja mein freund gott sei dank jetzt haben wir hier die chancen wieder ausgeglichen es wird es wird ich bleibe mal lieber hier stehen oh ich habe ich kann gar nicht mehr nachladen so kommt schon alles geben alles geben man sonst gewinnen die auch noch es war ein sehr sehr spannendes und sehr hartes match auf muss man sagen und egal wer gewinnt es war eigentlich ziemlich für die ja komm schon die zeit wird knapp 14 sekunden auf sonst haben wir ihn unentschieden 10 sekunden komm es darf jetzt nicht so schnell entschieden werden das liegt auch immer am team 3 naja das schaffen sie nicht mehr das schafft keiner von uns mehr da sind wir ja es war doch ein unentschieden hat sich aber auch so angefühlt war auch echt richtig gutes spiel so da sind wir zurück im team deathmatch haben sich die kollegen so ausgesucht kann ich leider nichts dafür aber okay dann gucken wir uns halt normalen team deathmatch an ist ja auch ganz nett sowas nach komm schon verzieh dich du es geht ja schon wieder richtig stressig zu hier ja du wirst doch mal irgendwann sterben müssen mein freund 17 hp haben wir noch ist jetzt auch nicht die welt aber immerhin besser als nichts so dann wollen wir mal sehen wo sie sich versteckt haben die schweine da vorne ist ein ich kann meine fähigkeit aktivieren komischerweise es wird dann immer auf die sekundärwaffe oder auf die granate ich bleib einfach mal hier war gar nicht so schlecht die entscheidung so schleichen wir uns mal hier vorbei ich dachte nicht das ist drückt ihr werft doch schon wieder mit granaten sehe ich doch oh man für den imperator na toll ich hätte vielleicht einfach nach rechts gucken sollen statt meine fähigkeit einzusetzen aber naja danach ist mir immer schlauer das wie mit sex danach sei da auch immer schlauer oh eine raucht die hat jetzt nicht so viel gebracht wird auch der gegner geschmissen glaube ich so na wenigstens ein paar punkte fürs team eingespielt so spannend kann nicht reden spiel so spannend können jetzt kann ich reden jetzt kann ich erzählen was ist braun und stört beim essen richtig adolf hitler ja wer hat es gewusst meine granaten töten nur nicht jemanden ich glaube das sind alles glückgänger was sie mir hier mitgegeben haben die dinge machen wir so scheiß angst oh das war scheiß knapp es wäre auch ein wunder gewesen wenn man die granate jetzt jemanden getötet hätte so ich gehe jetzt einfach mal auf die andere seite und guck was da so geht da war ich wieder mal zu nahm nach immerhin so meine fähigkeit kann ich aktivieren oder auch nicht auf dieser seite scheint es durchbrüche zu gehen und wir können ein stückchen weiter vorrücken ja wir haben ja schon gewonnen aber es war knapp 500 punkte haben noch gefehlt für die gegner